Gorilla gegen Fuma Boyd Stakes Boyd Stakes Ich sag dir 2220 und du bist safe dabei Ich würde sogar sagen, dass es bis 15 hoch geht. Was ein Tor. All right, das ist alles gut. Okay. Fast nur ein Schreibtisch, yo. Ja, Pizzer, aber du brauchst Save 2, 2, 10 plus, würde ich sagen. Weil die Leute werden jetzt die ganze Nacht durchzocken, damit die es schaffen. Das ist unglaublich jetzt. Die nächsten paar Stunden. Ich habe 2224. Wenn das nicht reicht, dann Pech. Kein Bock mehr. Letztens bist du ein bisschen zu sehr abgedreht. Der Tipp gegen den nur gespielt hat war Elite Division. Trotzdem war er ein schlechter Spieler. Mein Kollege ist auch Elite Division hat und ist nicht guter Spieler. Er hat aber trotzdem geschafft, so. Nicht alle Elite Division sind Top-Spieler. Es gibt manche, die haben 1500 Punkte in Elite Division, so. Hat gar nichts zu sagen. Oder scheißen. Ich glaube nicht. Welches Server ist mein bester Einladen? Direktes Server. Boah, Gorilla 3-1. Ja, aber ja, Picsi, so ist das Leben, du musst gewinnen. auf einmal ps4 findet man sofort jeder spielt gerade ps4 jeder pro spielt gerade ps4 200 230 endet bei 2234 punkte oder top 200 ist bei 2234 und da muss noch mal unterscheiden unsere region es gibt ja in europa zwei regionen einmal sind wir in einer region mit den ganzen skandinavier in italiener und einmal ist eine region mit den spanier und franzose und so weiter und es ist aktuell so dass man top 320 sein muss nicht 256 deswegen sollte man eigentlich safe dabei sein mit 2220 sollte man man muss man drin sein sonst mehr skandal Ich sag dir ehrlich, beim ersten Pfollowfer nicht dabei sein, wenn ich schon scheiße, wenn das so sein sollte, aber E-Champions League ist viel geiler als Qualifier, viel viel geiler. Weiß man schon wie viele deutsche Österreicher sich qualifiziert bei E-Champions League? Kein klar. 16, ich glaub auch 16. Man muss mal so überlegen, in Österreich gibt es glaube ich 2 gute Spieler oder 3, 4. Also ich kenne nicht nur Eldos und Eidin. Ich weiß jetzt nicht, wer noch aus Österreich kommt, aber das sind so die Namen, die mir gerade einfallen, die aus Österreich wirklich gut sind. Es gibt natürlich mehr, aber fällt mir gerade nur die 2 ein. Und die deutsche Region ist halt unglaublich schwer. Bei uns in Deutschland gibt es so viele Öler, so viele gute Spieler. Also was Gorilla hier mit Puma macht ist der Wahnsinn. Was Gorilla hier mit Puma anstellt ist der Wahnsinn. Wenn das 2G-Regel wäre, bei Offline müsste ich dann 2 Spritze auf einmal reindrücken für Impfung. 2G-Regel ist doch Dings, oder? Mit Corona-Test, oder? Oder? Nee, nee, du musst genesen sein, wa? Bei 2G-Regel. Bei 2G-Regel. Ich bin da ein bisschen lust. 2G ist geimpft, genesen. Boah Bruder, wenn das so sein sollte, dann musst du dir die nicht, wie heißt das? Wie heißt diese Impfung, wo du nur einmalig impfen lassen musst? Irgendwas mit Johnson oder so musst du dann machen einfach. Ich gebe ja noch, mach es anders. Wenn ichay und Teck das andere. Das Gute bei mir ist, ich bin bis Februar, bis zum 12. Februar bin ich genesen und dann bekomme ich meine zweite Impfung Oho, easy! Vielen, vielen Dank, dich Appell, zack! Vielen, vielen Dank, easy Mann, sehr, sehr korrekt! Habt mir John Johnson, John Johnson, ich weiß nicht, wie das heißt, da reinlücken lassen Ja, Elites, Qualifier-Server sind nicht ein muss-have, um das Tournament zu spielen Und Gorilla spielt einfach mit Fünferkette Easy Mann, vielen, vielen Dank nochmal, sehr, sehr korrekt! Du, Schlefti! Im 21. Monat schon, ne? Auch schon sehr lange am Start! Danke dir, Lefti! Danke dir! Das ist heavy! Boah, Kuma macht Comeback! Gorilla hat 5-1 geführt, Digga! 5-1 auf 5-4! Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Was? Ja, ja, der war 5-1 hinten! Da wurde auch mal bei Gorilla auf die Fünferkette umgestellt! Wie war das jetzt? Ja, übrigens, das war ja auch Einfragen, das war ja auch ganz so Zeit! Äh, äh diese Aufgaben. Wochenaufgaben, da... Aber Fäderinja sollte so eine krasse Tarte haben, ne? Aber wie will man, halt 8 Chemie halt, ne, mit, das Schwörgitritt kann nicht schlechter als Kanté sein. Das ist geil. Das ist geil, ja, ich glaube ich mach mir den irgendwie die Woche, guck, das hab ich auch mitbekommen. Ich muss die erste Runde gegen 5-0 lose. Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, 5-1 auf 5-5. Ich glaube Gorilla hat geschockt, ne, der wird locker noch eins kassieren. Ja, ja. Wish. Ist das hier? Es hast doch Crawlify dabei, ich denke schon sollte reichen, wie sagst du 22210 ok 17 0 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank Elias, sehr korrekt Bei unentschieden 11 Meter Also Verlängerung der Elfmeter schießen Ganz normal ZDF, 2020 Er hat Callify Modus eingestellt gehabt War nach einem Game zu Ende Achso, dann soll er normal einladen Verlängerung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hasso Hasso, Hasso Nichts gar Ja, mit dem Tornetz, ne? Ich sag mal so, in unserer Gruppe hat man schon aufgegeben Ja, ja, ja... Oh, Minuo! Moin Minuo! Ja, der Stream ist gemutet. Nee, 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 die hören mich nicht. Mute mich doch einfach. Okay. Nee, nee. 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 Thank you, brother. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuma again, come back. Oh. Was ein Spiel. Oh mein Gott. Ey. Was passiert hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe auch quartergefahren. Chазывale. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Woah. Fallen beschri tard. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020